Servus Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Torben und heute gehen wir zum Eintracht Frankfurt gegen SV Darmstadt Spiel. Das ist jetzt ein DFB-Pokalspiel, sogar das 8. Finale. Und davor zeige ich euch natürlich noch das Trikot und den Schal. So, gehen wir mal hier direkt zum Trikot. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal echt gezeigt habe, hier mit den unterschiedlichen Farben. Ich glaube, das müsste das Trikot sein, was wir vor vier Saisons hatten. Und dazu gibt es heute zum Glück den Mitglied Eintrachtschal. Denn, vielleicht hört man es, ich bin extrem erkältet. Aber ich konnte noch ein Ticket ergattern und dann habe ich mir gedacht, komm, warst jetzt eine Woche krank wegen einer Krippe. Gehst du heute trotzdem mal ins Stadion. So Freunde, endlich in Frankfurt angekommen. Boah, das war eine nervige Autofahrt. Eine Stunde hat es gedauert. Es war übelster Stau. Anscheinend irgendwie auch ein Unfall. Mega nervig. Perfekt. Die Leute fahren hier auch alle wie verrückt. So, offizielle Prediction für das 8. Finale jetzt gegen Darmstadt. Ich sage, boah, was tippe ich. Ich glaube, das wird ein knappes Spiel. Aber natürlich Eintracht Frankfurt, ich sage 2-1. Aber das wird nicht einfach. Ich glaube, Darmstadt darf man echt nicht unterschätzen. Die spielen meistens echt einen hässlichen, ekelhaften Fußball. Deswegen, also 2-1 meine Prediction. Ich glaube, sogar Darmstadt wird erst mal in Führung gehen. Und dann macht vielleicht Colomohani Doppelpack. Würde mich freuen. Er ist aktuell eh gut in Form. Hat ja auch gegen Hertha noch zwei Tore gemacht. Deswegen haben wir auch 3-0 gewonnen gegen Hertha. Ja, mal gucken. Vielleicht können wir heute sogar noch höher gewinnen. Aber 2-1 meine Prediction. Und dann sehen wir uns gleich mal vorm Stadion nochmal. Und gucken uns dann nochmal an, wo wir überhaupt sitzen. Und dann sehen wir uns gleich mal in Führung gehen. und dann sehen wir uns gleich mal in Führung gehen. Und dann sehen wir uns gleich mal in Führung gehen. Kettbe, HES, EIPA, KOKKAMAMAMO, ALANDA, KOKKAMAMAMI, AMAARAM, VOLTAGE, UNI, SELASKIA, UNOF, KOKKAMAMAMO, ALANDA, KOKKAMAMAMI, ALEGEM, Philipp! Max! Ruta! And now the war is never néga, også der 많은 Volk Gabbler artists theology in England がイ E I 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 A I 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 Koffendor! Schön mit dem Kopf gemacht hier! Sehr, sehr stark! Mouani, ey! Wie plötzlich, so früh einfach! Soool, für den Rägenstein! Sehr gut! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 12 Golubouan, Nü! Direkt in der sechsten Minute einfach. 1 zu 1 von Darmstadt. Verdammt, das war so klar. Darmstadt hat das Spiel gedreht, scheiße. Noch ein Tor, 30. Minute. Schon wieder das verpasste Tor aufzudämen, aber 2 zu 2, Leute. Sehr stark. Nicht weit genug. Rode, Götze, Boré. Das ist super. Sehr, sehr gut. Ohhhh! 2-0! 3-2, ey! Mega gut! Crazy! Hey, war kein Tor aufgenommen bis jetzt. Immer nur ein Repel, ey! Oh mein Gott! Die Eintracht jetzt am Drücker. Darmstadt hinten drin. Versuchen aber viel zu verteidigen. Mujani Kamada! Sehr, sehr geiles Tor. 3! Das war unsere Nummer 15, Darmstadt! Kamada! Jawohl! Yes! 4-2 Mujani! Mujani! Mujani allein aufs Tor. Mujani 4-2. Der Franzose macht die Runde. Der Franzose macht die Runde. 4-2 Mujani. So, kurze Abmoderation noch, haben 4-2 noch gewonnen, aber Respekt an Darmstadt, die haben echt noch das Spiel gedreht, als das 1-0 kam, ich glaube in zwei Minuten haben sie dann zwei Tore noch gemacht, also Respekt, aber ja, wir konnten dann das krassere Comeback machen, dank Kolomohani, megacool, also falls euch der Stadionvlog gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo-Like, einen Kommentar schreiben, würde mich persönlich freuen, boah, und ich putze mir gleich erstmal die Nase und gehe dann ins Bett, ey, so, jetzt erstmal nach Hause fahren, also Leute, haut rein, ciao, ciao.